Der Kapitän fängt an! Ich bin Tristan, ich bin Mittelstürmer. Und ich bin der Kapitän der Mannschaft und mit Abstand hier der Beste. Mein Name ist Anton, ich spiel Torwart. Und bekannt meiner vielen Worte, Sandro Wagener zur EM. Ich bin Nils und ich bin Mittelstürmer und ich wünsche euch allen einen guten Kick. Mein Name ist Felix und ich bin Zehner. Hallo, ich bin Julian, ich bin in der Innenverteidigung und für den Kasten treffe ich alles. Und ich bin in der Innenverteidigung und für den Kasten treffe ich alles. Achtung! Es. 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 Hallo, ich bin Jonas, ich bin Linksverteidiger und ich bin das Zweikampf-Biest. Moin, ich bin Noah, ich bin hier der Sechster und bin mit Abstand der Schnellste im Team. Ich bin Jonas, ich spiele Rechtsverteidiger und mit Latten kenne ich mich aus. Hallo, ich bin Hasan, ich spiele Links-Mitte-Fett. Moin, ich bin Stefan, ich bin der Trainer der Mannschaft. Wenn der Trainer jetzt trifft, liegt es auch nicht am Trainer, dass sie nicht getroffen haben. Also an mir lag es nicht. Wobei, wobei, wobei. Wobei, wobei. Wobei.